Norddeutscher Rundfunk 2021 Platzshows werden nicht nur springen Sonnertrommeln Pfeifen Singen Wir, 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 wir Sind jetzt alle hier bei dir Hey, 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 hey Ihr Freunde und der A W, B, C A, B, C Bär Alle herhören Ist Daisy oben im Baumhaus? Ja, ja Wir müssen alles für ihre Geburtstagsfeier fertig machen Es muss aber eine Überraschung für sie werden Ja, das wird schwierig Daisy ist so schrecklich neugierig Jemand muss sie ablenken Das kann ich machen Sehr gut, Pim und alle anderen Treffpunkt Küche Ich liebe meine kleinen Schätze Kleine Schätze? Ich mag es, wenn du die Sachen so nennst Ich liebe sie alle Oh, oh, oh Oh, oh, oh Upsi, Daisy Hm, in meinem Regal ist kein Platz mehr für alle meine Schätze Ich lasse die Fee bei dir, Pim Aber jetzt hole ich mir erst einmal eine Banane aus der Küche Oh, 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 oh Nein, nicht, Daisy Wieso nicht? Weil, weil ich dich etwas fragen möchte Oh, was denn? Äh, wie sagt man Alles Gute zum Geburtstag auf Englisch? Happy Birthday Hepsi B No Happy Birthday Happy Bigs Birthday Oh 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 Meine Bananentorte wird Daisy sicher gefallen Ja, fix da Aber was schenken wir ihr? Oh Hm, wir denken alle nach Bis zur Party für Daisy haben wir noch ein bisschen Zeit Ja Mona, versteck die Torte Oh Wir beginnen mit unserer Show Oh Komm, sprich mit uns Englisch Daisy, bitte sag uns was Haha Haha Daisy, wie heißt Torte auf Englisch? Cake Cake Aha Und Kerze Aha Candle Candle Aha Und Geschenk Present Present Aha Aha Lauter Wörter für einen Geburtstag Haha Kommt, lasst uns spielen Ja Die Bilder zerspringen jetzt Ja Oh Oh Was ist auf dieser Karte zu sehen? Wie heißt es auf Englisch? Hm Äh Cake Oh Yes Cake Haha Ha Hahah Hahaha Candle Ha Ha Yes Candle Ha Ha Hoo Uh Present Oh Oh Yes Present Very good Englisch sprechen, kein Problem. Ihr könnt es bald, ihr werdet sehen. Was werden Sie mir zum Geburtstag schenken? Ich würde es so gern jetzt schon wissen. Daisy? Komm gleich wieder. Äh, aber... Oh, aber sie mehr, aber sie mehr. Ich glaube, Daisy ist wieder einmal neugierig und sucht ihr Geschenk. Kein Problem, sie kann nichts finden. Wir haben doch noch gar kein Geschenk für sie. Oh! Bestimmt haben die anderen mein Geschenk hier irgendwo versteckt. Oh, 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 ah, ah! So eine hab ich mir schon lange gewünscht. Oh, 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 ah, hapi, hapi, hapi! Ich freue mich so. Pfingster, wieso tanzt sie? Oh, ihr seid die besten Freunde der Welt. Ihr habt erraten, was ich mir schon so lange wünsche. Äh, ja, haben wir? Oh, oh, ah, ah! Fickster Abiziebier, was meint sie? Borgs, wir müssen es erraten, sonst ist sie enttäuscht. Bald hab ich Platz für meinen Schatz. Ich will euch ganz festdrücken, weil ihr die liebsten Freundinnen seid und genau wisst, was mir Freude macht. Hier ist Monamu, Monamu, die Zahlenkuh. Zahlen machen mich sehr froh. Auf Englisch zählen, das geht so. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Viele Kerzen kommen auf die Geburtstagstorte, aber du sollst nur die gelben zählen, Pim. Wie viele gelbe Kerzen sind auf der Torte? Sag's auf Englisch, Pim. So, und diesmal zähle die grünen Kerzen. Wie viele grüne Kerzen sind auf der Torte? Sag's auf Englisch, Pim. Six. One, two, three, four, five, six. Yes, very good, Pim. Ja. Gratuliere, sehr, sehr gut. Auf Englisch heißt das very good. Very, very good. Ich bin so aufgeregt. Bekomme ich auch eine Torte? Wir haben eine Überraschung für dich, Davy. Warte kurz in eurem Zimmer. Yes, yes, yes. Was kann sie hier nur gesehen haben? Oh, den Hammer vielleicht. Ach, Nix da. Moment, sie hat gesagt, es ist ein Platz für ihren Schatz. Und ihr Schatz sind die vielen kleinen Sachen. Wichster, die Schatztruhe. In die Truhe kann sie alle ihre Schätze geben. Zum Glück haben wir es erraten. Na ja, aber jetzt ist ihr Geschenk keine Überraschung mehr. Mir ist gerade eine Überraschung für sie eingefallen. Daisy, halte dir die Augen zu und komm mit mir in die Küche. Du darfst schauen, Daisy. Alles Gute zum Geburtstag. Die Torte hat Mon Amu für dich gebacken. Oh, thank you. Das ist die tollste Torte, die ich je bekommen habe. Aber ihr... My present. Upsi Daisy. Natürlich haben wir ein Geschenk für dich. Eine Schatzsuche. Eine Schatzsuche? Wir haben dein Geschenk versteckt und du musst es im Baumhaus finden. Happy, happy birthday, happy birthday. Happy, happy birthday, happy birthday. Finde den Geburtstag, Schatz. Suche dafür diesen Platz. Kennst du ihn? Dann saus hin. Ist das nicht meine Hängematte? Happy, happy birthday, happy birthday. Ja! Oh, noch eine Schatzkarte. Was ist da drauf? Weitersuchen, mach nicht Halt. Denn dann findest du ihn bald. Los, entdeck das Versteck. Sieht aus wie die Hebel von Boxsteuerpult. Happy, happy birthday, happy birthday. Ja, ich muss weitersuchen. Wo kann dieses Fenster sein? Finde es, du wirst dich freuen. Daisy, hopp. Mach nicht stopp. Ist das nicht das Fenster der Werkstatttür? Happy, happy birthday, happy birthday. Keine Karte, auch kein Schatz. Bin ich hier am falschen Platz? Pst, zieh dich um. Rundherum. Hier ist nichts. Suche, suche weiter, du bist da. Suche, suche weiter, bist fast, fast da. No, 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 nichts da. Da ist noch eine Schatzkarte. Ich glaube, ich muss zur Bühne. Happy, happy birthday, happy birthday. Oh, die Schatztruhe. Die habe ich mir so sehr gewünscht. Eine Geburtstags-Schatzsuche fällt nur meinen tollen Freunden hier im Baumhaus ein. Kommt bald wieder. Bye, bye. Bären starke, dicke Freunde, siehst du hier, siehst du hier. Bären starke, dicke Freunde, das sind wir, das sind wir. Müssen dir was sagen. Mona. Kim. Und ich. I-I. Daisy. Bleib schon sauf. Mögen ganz besonders dich. Bären starke, dicke Freunde, das sind wir, das sind wir. Bären starke, dicke Freunde, das sind wir, stets mit dir. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn du wieder mit uns lachst. Wir zahlen Englisch und viel Spaß. Tatze drauf und abgemacht. Na, 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 na.